Wie war denn dein Vater? Beschreib ihn mal. Von ihm kam dann die zweite Portion Ehrgeiz. Mein Vater war ein sehr, sehr, sehr stolzer Mann. Er ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und von ihm wiederum kam der Antrieb, du musst einerseits auch so ein bisschen immer dieses Dankbare, also ich habe immer mitbekommen, wir müssen dankbar sein, dass wir hier sind. Was ich zwar sehr respektvoll auch finde, das möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, auch der deutschen Kultur gegenüber, den Möglichkeiten für Frauen in Deutschland gegenüber, das hat er sehr geschätzt. Aber was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er immer eine grunddevote Haltung hatte. Also dass ich zum Beispiel als Kind nicht laut Türke sprechen durfte und nicht unangenehm auffallen durfte. Und dieses nicht unangenehm auffallen dürfen hat mich sehr, sehr lange geprägt. Und dann stehst du irgendwann auf großen deutschen Bühnen und sollst nicht unangenehm auffallen. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass in meinem Beruf manche Blockaden ich sehr spät überhaupt realisiert habe und dann auch geschnallt habe, wo die Ursachen liegen. Und mein Vater war extremst stolz und er wollte sich von niemandem helfen lassen und hat, wie gesagt, uns aber auch so viele Dinge mit auf den Weg gegeben, wo ich gedacht habe, Papa, das hätte nicht sein müssen. Du durftest damals auch teilweise nicht an Klassenfahrten teilnehmen. Oh ja. Und es gibt die Geschichte, dass auch deine, ich sage mal, männlichen Schulkameraden sich nicht so richtig getraut haben, bei euch anzurufen. Richtig. Denn wenn sie angerufen haben, ging mein Vater an das Telefon und hat die vom Allerfeinsten zusammengefallen. Weil sie angerufen haben. Weil sie einfach angerufen haben und mich nett fanden. Das gibt es auch bei anderen Vätern, muss ich sagen. Giovanni hat sich fest vorgenommen, das bei seiner Tochter auch zu machen, wenn dann mal irgendwann einer anruft. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, mein Vater war tatsächlich sehr, sehr streng, aber auch, und deswegen habe ich ihn natürlich gleichzeitig, also das war so eine Hassliebe. Er war aber auch sehr, sehr liebevoll. Also er hat uns die Haare geföhnt. Er hat Bettchen für meine Barbie-Puppen gebastelt. Er hat uns Klamotten genäht. Also all diese Dinge. Er war sehr, sehr liebevoll, aber wehe, da kam ein Junge in unsere Nähe. Er hat es bereut. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt es das ganze Video. Und dann, wenn euch das jetzt nicht schon genug war,